Jesch' Nobel. Hi! Gut, wir wollten eigentlich losfahren. Cool, dass ihr schon weg seid, oder? Ja. Seid ihr vielleicht, oder? Körpfen! Warum macht ihr einfach reinbezogen? Achso, gefeiert hier? Ah, klar, verstanden. Also ich muss sagen, das hat auch einfach noch absolut nach Plan geklappt. Und...chellisch. Wie cool ist das Witzbein hier drin? Was? What the fuck von Cringe, Alter! Meine Lieber, sehr, sehr bewusst, dass ich mir heute nicht durch einen reinstecken werde. Ich auch! Wuuuuh! Also gebt ihr gleich da rein! Also, was gibt's das? See the best in the club! They watch it off! They watch it off! So nach dem Motto, oh mein Gott, wir werden abgezogen und dann um 0 Uhr! Also Freunde, wir sind hier... ...irgendwo, nirgendwo tatsächlich. Wir haben ja auch kein Internet. Part 2 Horror! Part 2 Horror Night Part 2! Bro, bis ich die Kamera ausgepackt habe, war das einfach schon weg! In dem Deckel! Mein Lieber! Ja, ich bin Smilla! Ja! Ja! Guck mal jetzt! Komm, komm! Jetzt noch mal! Hey, wie jetzt? Nicht so gut! Alter, wie schlecht! Wir machen jetzt auf jeden Fall die Mission des Jahrtausends von. Ich habe mit mir die Maschinen. Das ist Sofios von Marios. Und wir werden jetzt hier... Die Mission umfüllen! Let's go, they go! Schuuu! Party sexy! Wuuuuh! Klapp in die Tür! Klapp in die Tür! Oh mein Gott! Achso! Nein! Ich hatte nicht was gesagt. Äh, ja, ich will ja nichts sagen, aber das war's. Die Holy Land, die Ohl! Die Ohl! So eine verlieren, Marc! So große Scheiß! Ohhhhhhhh! Oh, der war drin! Jaaaaaa! Mein Lieber! Ja, mein Lieber! Der hat einfach seinen Auftritt verkackt! Wir machen die Bucks article! Wir haben jetzt mal auf Toilette gesehen gelesen! Das macht ein bisschen! War richtig lecker! Seid euch bitte sehr, sehr bewusst, dass ich Luke heute Abend auf jeden Fall weg trinken werde! Kollege, was ist denn hier bei dir denn? Moment mal! Kollege, was ist denn hier bei dir denn? Opa, Pappe, vieles an! Eben wir! Drei, drei, drei! Warte, der Blitz ist aus! Stopp! Jeder! Valerio Salz! Oh, Valerio Salz! Die Wunde! Da kommt nichts raus, Lars! Da kommt nichts raus! Hättet ihr bitte sehr, sehr bewusst, mein Lieber, dass ich mir heute Abend richtig alle einträglich werde! Beste Leben, meine Freunde! Also Freunde, welcome in 2022! This is the stage! Ja, scheiß einfach drauf! Wir sehen uns im nächsten Video! Wir sehen uns im nächsten Video!